moin moin zusammen wir sind wieder hier im mega schweine projekt auf der nordfriesischen marsch vierfach map wir hatten ja am ende der letzten folge das problem dass ich den wasserträger bei den schweinen nicht gefunden hatte das hat sich inzwischen gelöst also wir haben das bisschen wasser das unfass war habe ich rein gekippt und jetzt holen wir uns noch mal bisschen wasser nach schub und bringen das erst mal zu den schweinen damit die erst mal zumindest was zu saufen haben wir können ja mal gucken wie das im moment aussieht also wir haben noch keinerlei anderer zu fressen den gegeben da müssen wir gleich mal gucken was wir denn so am lager haben aber erst mal würde ich sagen schicken wir den hier los das machen wir jetzt aber den rest mit dem helfer hoch runter rechte seite dann immer aber auch den standard helfer stroh ablage ist an ja dann kann der da erst mal weiter dreschen und mir der ist voll also fahren wir noch mal hier rein in den schweinestall und hier ist das der trigger für das wasser so dann kriegen die erst mal ihr wasser wir können ja dann da wir ja auch gerste hier rein machen können 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 wir mal gucken wenn der wenn ich den den drescher abtanken kann wo haben wir denn da wenn der gleich oben angelangt ist und gewendet hat dann können wir uns da einfach mal das getreide dass wir bis jetzt dann hier drin haben zu den schweinen fahren damit die mal so mindestens ein bisschen produzieren dann muss ich mal kurz was gucken ob wir hier lade war ein klein ladewagen aber ich könnte trotzdem den cosplay kurs hier machen ist glaube ich doch sinnvoller das ist fällt eins wir haben da hinten oben angefangen das heißt im nordosten nach süden weil dann kann ich auf den kurs nachher auch den den ladewagen einfach schicken damit der auch automatisch im grunde dass das stroh abfährt weil das ist doch eine ganz schöne menge die hier angefallen ist wenn ich das jetzt so sehe will er mir hier nicht mit cosplay zurückfahren dann das heißt den kleinen streifen da den machen wir dann mal selbstständig und erst unten da sehen wir schon den den roten punkt da können wir ihn dann wieder weiterfahren lassen das müsste jetzt schon gehen so dann holen wir uns jetzt den abfahrer ran du hast den vollen tank das wäre erstmal schön abtanken hier dann bringen wir das rüber zu unserem schweinchen müssen wir gucken wir haben auch körnermais wir haben jede menge raps sogar müssen wir gucken sonnenblumen und sojabohnen geht auch dann kriegen die erstmal den mais und die sonnenblumen und stroh und so ab zu unseren schweinchen wir wollen ja dass es unser an Schweinen sehr gut geht, damit da möglichst viel an Nachwuchs rankommt. Ich werde übrigens jetzt jeweils den Endbestand an Schweinen in den Titel mit aufschreiben. Beziehungsweise jeweils den Anfangsbestand, so muss man sagen. Also das, was wir zu Anfang einer Folge an Tieren hatten, schreiben wir hier drauf. Im Moment sind es eben die 48 Stück, die wir gekauft haben, aber irgendwann werden das auch mehr werden. So, den Rest der Gerste laden wir erstmal ab. Dann kommt jetzt Mais und die Sonnenblumen. So, einigermaßen gut da runterfahren. So, Sonnenblumen. Wir nehmen erstmal alles mit. Mal gucken, wie viele gebraucht wird beim Schweinestall. Und der Rest kommt dann halt eben wieder zurück. Wir müssen auch immer den Drescher so ein bisschen im Auge behalten, dass wir den dann auch zeitnah wieder abtanken müssen. Aber im Moment sieht das noch gut aus. Da hinten fährt er gerade. Das kann gut sein, dass wir ihn erst wieder abtanken müssen, wenn er komplett fertig ist mit dem Feld. Mein Moment ist er bei 25%. Und das ist, oh, da kann er noch eine Weile arbeiten. So, wieder einmal abladen. So, jetzt kommt der Körnermais dazu. Na, hallo. Körnermais, einmal voll machen bitte. Und Stroh können wir dann auch gleich noch rein kippen. Ups, jetzt bin ich zu weit gefahren. Wie komme ich da jetzt wieder rein? Hier ist nochmal ein Wegchen. Hoppa. Ja, dann ist wichtig, dass es unseren Ferkelchen gut geht hier. So, rein damit. Gott, das ist komplett weg. Oh, der Drescher hat durchdrehende Reifen. Gut, dann das korrigieren wir mal von Hand. Das geht kein... Ich denke, das ist kein Problem. So, und weiter geht's. So, Stroh ist unser nächstes Ziel. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so hier anstellen werden. Nein, nicht hier hin. Andere Seite. Stroh. So. 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 bringen wir das restliche Stroh einfach wieder zurück ins Lager. So. 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 Aber meine Freunde, wir müssen jetzt schon gleich Schluss machen. So. 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 Vielen Dank.